Ich begrüße dich bei Zerpunzels Orakel mit der Tagesbotschaft für genau jetzt. Es zeigt sich der Papst oder auch der Hierophant, im Rider-Waite ist das der Hierophant. Hierophant ist ein Wort, das kommt aus dem Griechischen und heißt sowas wie Enthüller göttlicher Geheimnisse. Wenn diese Karte erscheint, dann wird sich heute ein Geheimnis enthüllen. Es kann sich dabei um ein inneres Geheimnis handeln, wo du aufgrund deiner Selbstreflexion eine Wahrheit über dich an Tageslicht bringst. Oder aber es passiert durch deine Spiritualität, dass du irgendeine Vorahnung hast, die sich dann ebenfalls erfüllt. In der Liebe steht diese Karte gerne für Zeremonien, Hochzeiten und kündigt eine tiefgehende Phase, tiefgehendere Phase in deinem Leben an. In der Liebe steht diese Karte gerne für Zeremonien, Hochzeiten und kündigt eine tiefgehendere Phase in deinem Leben an.